Hamburg ist eine jahrhundertealte Stadt und hat über den Hafen schon immer gute internationale Beziehungen in alle Welt gehabt und viele Menschen sind über den Hamburger Hafen in die Welt ausgewandert. Viele sind auch zu uns gekommen und deswegen sind wir eine Stadtgesellschaft mit vielen Kulturen, Religionen, Lebenssichten und das ist etwas, was wir sehr sehr positiv wahrnehmen und was uns stärkt. Und vieles läuft über die Musik, denn Musik ist eine internationale Sprache. Richtig ist immer, dass wir in einem Austausch bleiben, dass wir ein gegenseitiges Verständnis entwickeln für unterschiedliche Kulturen und religiöse Haltungen und das ist in Hamburg etwas, was wir sehr gerne machen. Wenn wir zum Beispiel in Hamburg etwas erleben, was wir nicht wollen, dass es zum Beispiel antisemitische Übergriffe gibt, dass in diesem Fall alle gemeinsam aufstehen gegen solche populistischen und antisemitischen Tendenzen und dass ich dann zum Beispiel mit dem Landesrabbiner vor dem Rathaus ganz spontan erlebe, wie Menschen aus islamischen Religionsgemeinschaften, aus den christlichen Kirchen, aus ganz Hamburg zusammenkommen und sagen, in Hamburg gibt es keinen Millimeter Platz für Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Vielfalt ist eine Stärke und sie ist attraktiv. dass sie die Menschen hoch zum Beispiel hat. wahr, von der phenomenal vergleichen années! Nehmen die Mensch, was wir jetzt mit einer Läkke filmer? Das schon denke ich! Synion von Frankreich What does perfect even mean?